Ja, hallo und willkommen liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag 13. Mai 1635. Die US-Märkte sind in den Tag gestartet. Zunächst positiv und dann wieder doch ein Stück weit relativiert wurden in Sachen Aufschwung. Schauen wir uns kurz hier den S&P 500 im großen Bild an. Da sehen wir hier auch die Einschätzung von zuletzt eben hier der Tatsache, dass wir hier diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie wohl oder übel attackieren können. Aber dann gab es eben hier auch direkt die Retourkutsche am Montag. Die Preise dann sozusagen hier im Rückwärtsgang gewesen und konnten hier entsprechend nicht an die Performance vom Freitag anknüpfen. Dann gab es eben hier gestern den starken Sale auf. Die Märkte konnten sich ein Stück weit erholen. Und jetzt die kritische Frage, wie geht es denn nun weiter? Wir haben hier oben definitiv immer noch ein Stück weit Tauziehen zwischen Bullen und Bären. So richtig ist hier noch nicht der Groschen gefallen. Um die aktuelle Lage jedoch zu veranschaulichen, ich bin kein Permabär, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt rausziehen über 2115. Das ist hier dieser Widerstandsbereich. Das ist hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie, dieses Kreuzwiderstandslevel. Da müssen wir erstmal drüber. Wir können das hoch vom Freitag als Triggerpoint nehmen. 2118 Punkte. Wenn der Index darüber geht, deutlich mit einer Kerze drüber schließt, dann haben wir hier sicherlich ein Kaufsignal. Sehe ich aber nicht Kopf. Wenn überhaupt, dann erholen wir uns marginal oder aber wir gehen eben jetzt hier direkt in die Tiefe und steuern hier nochmal 2085 an. Das ist hier für mich jetzt das nächste Ziellevel, wo ich den Index durchaus hingleitend sehe und insofern hat sich hier immer noch nichts geändert an starken, nachhaltigen Impulsen. Wir switchen hier mehr oder weniger hin und her und aktuell die Situation, dass hier durchaus nochmaliges Abwärtsmomentum in meinen Augen zu befürworten ist. Jetzt stauchen wir das Ganze mal ein Stück weit zusammen. Dann sehen wir hier das Gemoschle, ähnlich wie hier im Januar. Das war auch einmal hü und einmal hot und in einer ähnlichen Situation sind wir jetzt aktuell. Aber so richtig bullisch wirkt das eben nicht. Und da empfiehlt sich aus meiner Sicht eben hier dann doch mal der Punkt, dass wir hier nochmals einen Rücksetzer einkalkulieren sollten. Auch vor dem Hintergrund, dass die aktuellen Hochs hier nicht gehalten werden können. Der Markt geht hier lieber wieder ein Stück weit zurück. Wenn überhaupt, testen wir das Level eben von 2015 schon mal gar nicht mehr, sondern gehen direkt weiter nach unten durch. Morgen ja Feiertag in Deutschland, aber US handelt, auch UK handelt. Das heißt, da dürfte hier von der Volatilität doch noch was zu spüren sein. Aber mein Szenario, mein präferiertes Szenario wäre hier im Prinzip ein nochmaliger Rücksetzer beim S&P 500. Speichern wir das ab für das nächste Mal. Schauen wir mal kurz auf den Stundenchart, da sehen wir auch die aktuelle Relation der jüngsten Zugewinner. Jetzt ziehen wir mal ein Widerstand noch ein Stück weit raus, um mir zu zeigen, wo hier, sage ich mal, der Groschen liegt, wenn der Markt nach oben rausziehen wollte. Also hier diese Unterstützungswiderstandszone ist relativiert. Die nehmen wir uns jetzt mal, der nehmen wir uns jetzt, besser gesagt, nicht mehr an. Viel entscheidender ist hier 2085. Das ist das klarere Bild. Hier hat man auch definitiv einen Anhaltspunkt. Und wenn wir jetzt hier kurzfristig die Abwärts-Trennlinie vom Stundenchart aus, möglichst viele Auflagepunkte, kleine Spikes werden hier außer Acht gelassen, in den Chart ziehen, dann sehen wir hier sehr deutlich, okay, wir sind hier doch in einem gewissen Abwärts-Move gefangen, der sich meines Erachtens aber jetzt durchaus weiter fortsetzen könnte. Ich bereinige mal ein Stück weit den Chart. Der hat das letzte Mal wohl nicht abgespeichert. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Und da bleibt es auch hier gleich. Wir können das nach drüben ziehen. Erst oberhalb von 2115, 2118 speziell wird es bullisch. Hier ansonsten sehe ich kurzfristig vielleicht einen leichten Erholungsimpuls. Ansonsten sehe ich hier die Märkte seitwärts, Schrägstrich eher abwärts laufen. Ziel 2085 bleibt meines Erachtens interessant für heute, Schrägstrich morgen. Also hier nochmal ein Stück weit abwinken nach unten. Und dann muss man eben sehen, ob die Märkte sich nochmal stabilisieren können im Sinne eines Ranging, also im Sinne eines Rangevollzuges, jetzt habe ich es, oder eben ob sie dann tatsächlich weiter abtauchen. Ob sie deutlich nach unten kippen, 2040, 2045 war ja hier durchaus ein präferiertes Ziel. Das muss man einfach abwarten, weil die Märkte sind hier irgendwie ein Stück weit unentschlossen. Saisonal, wie gesagt, ab Mitte Mai, ja rein technisch gesehen durchaus etwas anschlagsfällig. Das ist auch der Grund, warum ich den Markt jetzt eher schwächer sehe, weil eben nach oben hier nichts kommt. Und das ist der Grund, hier zu sagen, mal abwarten, eher nach unten orientieren. Der DAX ist ja heute schon wieder im Minus. Das war auch heute Morgen. Sie erinnern sich wahrscheinlich an die Sendung zum DAX, kurz nach 11 Uhr. Da war die Annahme, dass wir eben auch hier nochmal ein Stück weit runtergehen. Zwar nicht so stark, aber wie gesagt, wir haben die Anfangsgewinne nicht halten können. Auch das stimmt mich ein Stück weit bedenklich. Eigentlich einzig der Nestec 100 und den schauen wir uns jetzt mal an. Der kam noch ganz gut daher. Hier auch Tagesschart. Unlängst war den Ausbruch auch nicht geschafft. Hier sehr schön zu sehen. Heute haben wir uns schon versucht an diesem Level. Jetzt haben wir aber hier bei 4.460, 4.463 Punkten wieder oder 65 viel mehr den Deckel obendrauf bekommen. Und wenn die heutige Tageskerze es nicht schafft, sich hier ordentlich nach oben auszubilden, sondern wir wieder unter diesen kurzfristigen Abwärtstrend zurückfallen, den man auch vielleicht durchaus justieren sollte, kann, dann muss man davon ausgehen, dass auch der Nestec 100 hier nochmal in Richtung 2.385, 2.390 zurückfällt. Ja, können wir allerdings hier das Momentum, das leicht positive Momentum, was hier noch existiert, halten. Dann wird es spannend bei 2.470, 2.465 Punkten hier oben eben. Erst oberhalb dessen wäre der Index hier ein Stück weit bullish. Das muss aber, wie gesagt, vom S&P auch getragen werden. Die Technologien sind hier schon eine ganze Zeit ein Stück weit stärker unterwegs. Aber ich rechne auch hier, wenn ich heute dann morgen eher mit leichten Rücksetzer und kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier direkt ausbrechen. Man soll es zwar niemals nie sagen, aber das wäre hier mein präferiertes Szenario für den Nestec, für den Technologieindex. Nach unten, wie gesagt, kann auch alles Weitere kommen, wenn wir hier den Support bei 2.385 nicht halten. Dann sehe ich den Nestec 100 auch mal relativ schnell und weiter abfallen. Morgen kommen wieder die ersten Trigger auf Arbeitslosenhilfe. Wenn es da eine enorme Überraschung in die eine oder andere Richtung gibt, dann kann das auch mal für sehr starke Volatilität sorgen. Ansonsten mal abwarten, was passiert. Wie gesagt, die Bullen sind hier so recht derzeit zwar versucht, aber so recht nicht am Drücker. Und das sehen wir auch hier im Stundenchart. Gehen wir kurz rein. Der Ausbruch nach unten hat nicht geklappt. Die Oszillation von gestern hat sich vielmehr bullisch aufgelöst nach oben. Jetzt sehen wir hier eben das Tauziehen mit dieser Trendlinie. Die Trendlinie, wie gesagt, ist attackiert worden. Schlecht wäre es, technisch gesehen, auf Stunden- und Tagesbasis, gerade eben, wenn wir jetzt hier doch noch mal reintauchen, weil dann muss man davon ausgehen, dass wir eben 2.385, 4.385 durchaus noch mal anvisieren. Und das wäre, wie gesagt, mein präferiertes Szenario. Also noch mal kurzfristige Schwäche an den Märkten. Wie es dann morgen weitergeht, wir werden sie morgen auf den Laufenden halten. Morgen ist natürlich auch Feiertag in Deutschland, aber da die Märkte online sind, werde auch ich vor Ort sein. Und insofern werden Sie auch morgen mit mir das Vergnügen haben. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich sage jetzt erst mal Danke fürs Einschalten. Das war es schon mit dem Blick auf die US-Märkte. Morgen dann mehr. Ich wünsche Ihnen was schönen Feierabend, Ihr Christian Kämmerer. Und Tschüss.